WALDKAPELE 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 Servus die Maul und grüß euch die Buam Heute wieder einmal unterwegs Wie ihr an den Eingangsbildern schon gesehen habt ihr Das Gebiet nennt sich die Wüste Waren wir schonmal Ich ist da in Mannersdorf Ein bisschen weiter weg von mir daheim So eine gute Dreiviertelstunde Autofahrt Und das zeig ich euch da jetzt näher Und dann zieht man da ein bisschen durch das Gebiet durch Wir haben Sonne also Schauen wir sich das näher an Kommt! Ja da vorne sieht man eine kleine Sinnesdäusch Das Gesicht glaubt man Aber das ist auf zwei Ebenen aufgeteilt Ist relativ gut gemacht Ja ich mach euch da meinen Rundschwenk Es gibt da da ziemlich viele Tafeln Ich fotografiere euch dann alle an Und stehe euch da ein Da drückt ihr dann als Stopp Und könnt euch das in Ruhe durchlesen Falls ihr euch interessiert Da gehts jetzt hintere Ein paar Stufenlaufe Ja da kann man jetzt das Gesicht schön von der Seite erkennen Wie das gemacht worden ist Ja da draußen gehts dann für uns weiter Große Wanderwegerl jetzt ein bisschen verlassen Und geht jetzt ein bisschen so Ganz schmales Wegerl weiter Ist schöner Und wie immer gehts natürlich wieder bergauf Ja da ist auch noch die alte Mauer Da haben wir jetzt Bäckertürl Und Wir werden da das kleine Wegerl neben der Mauer Weiter gehen Ja immer wieder schöne Gebilde Schönes Maus Und da hinten ist sogar noch ein Schwammerl Ja wir laufen da immer noch das kleine Wegerl Und so wie ich sehe Ist da die Wand ein bisschen eingebrochen Die Mauer Schauen wir mal da für euch vielleicht Wir kriegen einen Ausblick zum sehen Ja da ist jetzt leider ein bisschen Abrupt Der Weg aus Ja ich bin wieder am Weg heraußen Ich muss sagen Es wird da schön warm Da werden wir ein bisschen Frischluft reinkommen lassen Weiter Ja da sind wir wieder genau Ein Loch in der Mauer Ja unbefugten ist das betreten verboten Ist auch schön angesperrt Da gehts ja wirklich schon Gewaltig runter Aber wir sehen das eh dann von Ein bisschen später Wir gehen da weiter Ja wenn alles passt Kommen wir da von da hinten rein Dann müssen wir da so eine Runde und umrennen Und Wenn wir dann da unten sind Kann euch was Schönes zeigen Aber das zeig ich euch jetzt noch nicht Ja ich hoffe jetzt könnt ihr mich hören Es geht da auch ein richtiger Ordentlicher Orkan Und da nehm ich Rechts gehts auch ganz schön runter Also Also 10-12 Meter Ja Weiter das kleine Wegerl da So da gehren wir schon mal rein Ja Ort Membran Ach da sind ja noch ein paar Bienenstecke Ach da ist sicher jetzt keiner daheim Ja Freunde ich habe mich da jetzt ein bisschen Durchgeimpft Darf ich zwar nicht sein Da ist alles abgesperrt Aber ich würde euch da gerne Die Schuderwerk dazu haben Wird natürlich auch Festgearbeit Und ist natürlich auch Nicht klar Ja Da dürfen die normal auch nicht gehen So wie es ausschaut Ah Die Ketten ist offen also Dürftest du offen sein für mich oder Seht sie sicher auch so oder Die Ketten ist eindeutig offen Also Gehen wir Also ein verwunschenes Kleines Wegerl So ich bin auch jetzt da wo ich hinwollen habe Da ist das Platz Ah da ist es glaube ich ein bisschen ein Windstuhlernes Platz Hey da habe ich gerade einen imposanten Stand gesehen Den schauen wir uns näher an Schon imposant der ist da überall Durchgepahrt so wie es ausschaut Sind die wieder da gesprengt oder haben sie da mal ein Wasser eingefüllt Und haben sie es gefrieren lassen dass sie es zerreißt Da oben dasselbe in grün Ist schon gewaltig Bei den nächsten auch Da sieht man richtig Da hören die Beuerungen auf Nein Nein die gehen sogar noch weiter Aber der dürfte irgendwie Anders gebrochen sein Wie man sich glaubt hat Ja meistens kommt das anders als man denkt Ja ich denke Ich denke wir werden es da hinten gemütlich machen Ein kleines Käfchen Da gibt es heute eine Neuheit Ich stelle euch dann vor Aber zuerst zeige ich euch mal Die Besonderheit da unten Ja Freunde Und das ist das was man da sehen kann Da hat sie eine besondere Mühe gemacht mit den Sternen Ja Freunde Die Gebilde gibt es ja schon seit Jahren Ich war da schon einmal da Da habe ich schon einmal ein Video gemacht Ich verlinke euch das da oben wo Da habe ich gesagt die Außerirdischen sind da Ja Phänomenal das gibt es immer noch Geil Aber jetzt gibt es auch mehr Käfchen Ja was ich noch dazu sagen wollte Ich verlinke euch die Koordinaten von da Dann könnt ihr euch also in Google Maps, Google Earth Oder sonst irgendwo anschauen Sieht man es auch schön Ja Also richtig Mensch du ist da zwar auch nicht Aber Was so ist Für besseres Platz Wenn wir auftreiben Schnellen Kaffee Wird schon drin sein Dann bauen wir da ein bisschen Die Steine um und kochen wir da Ja es bloßt leider da ein bisschen der Winter Und einen Hunger habe ich eigentlich auch Ich habe eine Suppe mit Und zwar Heiße Tasse Da werden wir zwei genehmigen Und die habe ich vom Logienzi Ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus Der hat mir da unlängst ein Gemütliches Packerl zugeschickt Der Kollege war einmal auf Youtube Ich glaube dort macht er nichts mehr Ist aber viel in Instagram unterwegs Und der hat mir ein spezielles Käfchen geschickt Der war in Australien unterwegs Hat schöne Bilder Wie gesagt Instagram Ich verlinke euch unten den Link zu ihm hin Seinen Namen Und Ich schreibe es vielleicht Da auch drunter Und der hat mir ein Käfchen mitgebracht Und zwar Die sind so wie ein Teepackln Werden wir heute einmal einen kosten Bin gespannt Aber zuerst einmal Dann würde ich sagen Eine Suppe Weil es ist wirklich frisch Ich glaube ich werde ihn da wieder zu machen Ja Freunde Die ist fertig Beide könnt ihr ja fast trinken Da brauche ich gar keinen Löffel dazu Schaut geil aus Ach geil Ich brauche den Löffel Trinken wir es Ah ja Das tut gut Im Magerl Ich habe heute noch nichts gefrühstückt Jetzt haben wir es Wie spät haben wir es Ich schätze es noch 12 Uhr wird es sein Ja 3-4 Uhr eins wird es sein Jetzt Zeit für Papi Und ein bisschen warme Hände Und ein bisschen warme Hände Schaut wirklich aus wie ein Teepackln Schaut wirklich aus wie ein Teepackln So Den lege einmal da her Also Dunkel ist es auf alle Fälle Gut Ich brauche es sowieso Schauen wir einmal Ob auch Milch reicht Aber ich denke schon So soll da auch Zucker reichen Soll da auch Zucker reichen Ihr wisst wie man mich auch draufkommt Meine ganzen Krankheit und Sesseln Gesund werden Gesund werden Natürlich meine ich gesunden Nicht krank werden Und der dritte Grußheit Persönlich an den Lungenzi Und danke für den Kaffee Der Schluck hier der Tier Ja Es ist vielleicht nicht so stark wie die Bioletti Muss ich gestehen Aber Nicht schlecht Gut Ich habe auch da ein bisschen mehr Wasser drin Als wie normal in der Bioletti Wir haben zwar Anzeichen Dass so eine Tasse fällt Das habe ich auch gemacht Aber auf alle Fälle einmal ganz was anderes Es ist auch echt Köstlich muss ich sagen Schauen wir einmal was da oben steht Goldkolumbiasteil Ja Ich werde jetzt dann weiter schauen Da die Hauptstrecken da zurück Da hinten ist noch dieser Kalkofen Ich möchte schauen ob ich dort noch hinkommen Ich müsste dann halt Garten Kilometer auf der Straßen wieder retour gehen Das ist auch nicht die Straßen So ein Nebenweg von der Straßen War aber wurscht Aber sonst komme ich zu den Ofen nicht hin Und dann das ganze da wieder retour bis zum Auto Will ich mir auch nicht unbedingt antun Ja gut Freunde Bratzl ist da recht schön Wann der Wind nicht war War das Ein super Übernachtungsbratzl Muss ich gestehen Ich werde mir aber auf alle Fälle Jetzt ein Kaffetscherl schön langsam austrinken Pack mich dann zusammen Und bevor wir gehen Hol ich euch wieder dazu Ja So bei mir passt wieder alles Steine will wieder weggeräumt Und jetzt geht es da weiter Da fuhren wir mir dann ein neues Steinchen drauf Legen wir auf die anderen Oder? Schauen wir Na ja Na ja Na ja Na ja Da werden wir weiter bauen Du 1. 2. 8. 8. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. weiter geht es ja ich gehe da den verwunschenden weg weiter da müssen die hinten bei den kalkofen rauskommen ja und so wie es ausschaut sind wir angekommen da vorne ist der kalkofen aber ich werde jetzt noch mal ein schluckerl wasser genehmigen jawohl wie sie sitzen kann nicht schaden so gehen wir das stückln an ja da steht noch so ein lockt was da wahrscheinlich im stammbruch gefahren ist der motor zeige ich gehe da kann man reinschauen da ist das gute stück kühler ventilator lüfter feldbahn diesellokomotive power 40 gewaltiges ding ja da ist dieser kalkofen jetzt zum klick ist die sonne dahinter aber wir werden hier noch aufschauen das ist einer dieser kalkofen schon interessant da stehen wir noch so ein altes führerbandl für die starne ein gewaltiges teil mit motor drauf sicher dieselmotor noch sicher drum kein riemann drunter echt hammer die zahnrallen mega so jetzt schauen wir noch einmal von der vorderseite zu den kalkofen zu wie schon gigantisch wie alt das alles ist so jetzt kommen wir da noch einmal von der vorderseite her da sieht man richtig die sind mit so eisenbandln sind die zusammengehängt da sind nicht zu freut auch nicht schlecht ich habe leider nicht mehr objektiv mit zum polarisieren dass das nicht so spielen geht aber ich glaube es geht so auch da sind die ganzen hackler kalkofen bäckser also die schuhe der helm ein vorall ein giertel noch brandkalk ist schon heavy auch da wo alles mit stahl verstärkt echt super müssen wir direkt einmal schauen wenn die offen haben und das anschauen ich habe gar nicht gewusst dass da ein museum ist echt interessant echt und da sprach glück auf gedenken an den baurat will im hauslinger alles da wo so freunde mit die interessanten sachen ist vorbei ich muss jetzt eine straße runterlatschen da unten die hauptstraße drüber und da müssen wir auf alle fälle da vorne entlang und dahin tun wir wieder zum auto so was gibt es auch nicht bei uns ein fahrbarer hochstand mit drehsessel und gewehrauflage ich könnte eigentlich herfahren und dann kann ich nicht mehr mit hehehe ja freunde ich bin wieder bei meiner droschke die eineinhalb kilometer sind bei straßen extrem lästig aber ist halt so ja ich ziehe jetzt rein von heim sag wie immer zu euch dankeschön fürs mitlaufen fürs dabei sein wünsche euch noch einen schönen tag eine schöne woche und sag Servus die Marmon und pfiert euch die Buben